Norddeutscher Rundfunk 2021 Des Finales. Alici D'Amato, Vorletzter, am Stufenbach. Hier der Hindorf, ohne Verbindung. Dann die Verbindung von E und D Teil. Die 2 Zehntel noch mal bringt. Bisschen spätfertig mit der Drehung im Handstand. Aber das war fantastisch. Das war fantastisch von Alici D'Amato. Der Name verpflichtet. Sie sind beide einfach unglaublich. Alici D'Amato ist vorne. 6-2 Schwierigkeit. 8-2-6-6. 14-4-6-6 ist die neue Marke. 14-4-6-6 für Gold. 14-2-3-3 für Silber. 14-0-6-6. Das ist Giorgia Vila für Bronze. 2-3 speichern. F.G.A. for me